hallo youtube und willkommen zur neuen technikfault hier video es ist da es ist da der esel hat es endlich über die alpen und am himalaya durch bis zu mir geschafft und hat mir mein neues xiaomi mi band 6 vorbeigebracht das hat diesmal echt lange gedauert ich freue mich ja sehr auf die jährlichen neuen bänder habe in der letzten zeit wieder verstärkt das mi band 5 getragen gut in der letzten woche jetzt noch nicht und ja zu oneplus uhr kommt auch noch was aber ich habe es jetzt gerade noch mal angezogen damit wir gleich einen größenvergleich haben denn hauptunterschied beim 6er dieses jahr wir haben größeres display bekommen wir haben mehr sport modi und wir haben jetzt eine erkennung für die sauerstoff sättigung im blut alles andere ist eigentlich gleich geblieben und das vor allem die akku kapazität beide da hat sich nicht ist wird jetzt nicht größer ich glaube das band wurde an sich ein bisschen größer vom gehäuse aber 125 mAh akku ist drin verbaut und da schwand mir übles und warum schwand mir übelst ich meine beim 5 war ich habe jetzt hier noch die alte verpackung da sah man ja schon bei der akkulaufzeit die wurde auch immer weniger da stand jetzt beim letzten mal nur noch 14 tage früher stand der was von zwei bis drei wochen und ganz früher noch mehr und jetzt hat man diese neue box und jetzt steht an der seite das vom display sauerstoff sättigung erkennung messmethoden zyklus erkennung sport schwimmen schlaf tracking und magnetik hier steht jetzt nirgendwo mir etwas eine angabe zur akkulaufzeit und das ist das was mir dann doch naja sorgen bereitet das gilt es dann auch herauszufinden wir gucken jetzt einmal machen die box auf ziehen das band an richten es fix ein und dann natürlich auch jetzt ein kurzer vergleich zum vorgänger bzw ob mir da irgendetwas dann auffällt außer dass das hier mal wieder eine bescheuerte klebeverpackung ist wo man sich die halbe box aufreißt naja gut einmal rausziehen und so da oben ist das band wieder einmal eingeschweißt leichter plastikgeruch macht sich breit aber ich tippe mal das ist eher die verpackung und weniger das band und jetzt kommst du raus ist streckt schon drin wo gerade sagen lasst euch davon nicht stören das ist ein aufkleber aber nein das ist direkt sogar schon eingeschaltet ja ok und ja wo drücke ich denn jetzt habe ich ja nur noch wisch gesten bei beim alten habe ich ja unten runter sozusagen noch ein home button hier android lässt grüßen habe ich dann nur noch wisch 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 und wisch ok wie kommen jetzt zurück settings nicht will ja zum einrichten eigentlich kommen neu starten ja gut starte du mal neu dann können wir nämlich in der zwischenzeit gucken was in der box ist also wir haben einmal woher gott ein telefonbuch mit allen nummern chinas eine anleitung in 8 millionen sprachen dann auch mit dem hinweis ach guck mal ein blindes huhn findet mal ein korn habe ich direkt die deutsche sache gefunden touch screen ja klingt sehr deutsch herzfrequenzmesser ladeanschluss unten magnetisches ding und das band so installation da reinpacken brauche ich schon nicht ihr habt ja gesehen band oder das gehäuse ist schon im band selber drin tragen mit einem finger abstand vom handgelenk ja okay zur positionierung lockern okay da die app ziehen für android ab 5.0 und ios 10.0 und dann tasten zum bestätigen rauf und runter wischen und links und rechts und wie man es raus holt gut das war auch schon alles einmal alles erklärt sehr schön dann fehlt uns aber noch ein gegenstand und das war es dann auch schon mehr ist in der box nicht drin und zwar unser ladeteil auch wieder eingepackt und noch mal so da gucken wir mal dadurch dass es auch im endeffekt die gleiche rückseite die gleichen ladeports sind und vor allem auch die der gleiche akku denke ich nicht dass wieder irgendwas zum vorgänger geändert haben vergleichen was man ganz kurz das sind die gleichen dinge jetzt wüsste ich auch schon weiß ich schon gar nicht mehr welcher welcher ist das hier ist wahrscheinlich der neue nein stecker sind genau die gleichen so das band sieht auch komplett identisch aus nö da ist jetzt aha guck mal bunt und in farbe das sieht schon also wenn ich das jetzt mal ganz kurz hier vergleiche allein dass ich das jetzt beim einschalten schon so als als voll display also grandlos ist es nicht ihr seht natürlich die fetten ränder aber so im unterschied zukunft es ist schon schon eine neue generation zu haben auch wenn es jetzt eigentlich mit der sauerstoff sättigung mal gucken was die denn taugt eigentlich eine sehr kleine neuerung ist aber ich meine allein dass das display zu voll ist hoffen wir nur dass die akkulaufzeit auch vernünftig ist schön sondern genau parent bedeutet ich schnappe mir jetzt das smartphone meiner wahl sei es irgendwas von android sei es was von ios schnappe mir die app gehe auf plus sage hey ich will ein neues band hinzufügen ja klar alle erlauben zuvor gekoppeltes band entfernen ja könnte ich jetzt machen jetzt nicht suche nach neuen band so du bist es jetzt eigentlich direkt im suchmodus sein aus dem grund habe ich jetzt einfach mal neu gestartet bringe es näher zum telefon ja gut hier so muss ich jetzt natürlich nicht machen aber ja mit telefon verbinden auf band bestätigen die haben sich jetzt rucki zucki gefunden jetzt die frage soll was wieder hergestellt werden ich sage ja soll koppeln ja darf eine mitteilung schicken allein dass die berechtigung da sind und ich kriege eine kurze anleitung band mit vollanzeige eine neue welt des sehens absolut tragbares überwachungsgerät für blutsauerstoff 30 arten work outs von denen ich bestimmt alle erben ist klar punkte sammeln beim schlafen jetzt testen gut nach guck mal sieben prozent akku ich muss mein akku das band mal eben ausgeladen und schneller als an einem tesla supercharger ist jetzt das band auch ein bisschen geladen hat auch direkt das update gezogen ihr seht es vielleicht schon spracheinstellungen keine musik ist auch direkt auf deutsch umlaute funktionieren all das was war naja sonst auch immer haben also direkt auf deutsch nutzbar gar kein problem und der unterschied ist schon krass vor allem ich habe jetzt ein nettes horizontales ladeanzeige mit uhrzeit und lade akku stand dann kann ich das gerät aber nicht nutzen wenn es geladen wird das vielleicht noch so als info sieht aber wenn man sagen so als nacht nightstand mode nennen die amis ja das immer gar nicht mal verkehrt aus sodann magnetisches laden ist genauso wie beim vorgänger auch bedeutet kein rausgefrickel mehr aus dem band ich habe parallel dann auch mal ein bisschen rum geguckt fällt es mir irgendwie auf dass es ein gramm schwerer ist oder irgend sowas nein und das ist irgendwie so 0, irgendwie dicker länger oder so sein soll absolut nicht bei den dingern was aber direkt auffällt das macht mit diesem riesen display allein guckt mal die wie die ziffern von der uhr an gut ist jetzt nicht nebeneinander sondern übereinander sonst wäre das auch ein bisschen anders was hatten wir denn hier aber so von den von den von allein hier die eine hier genau das musiksteuer elementen paar kommst du mal wer her nein ja akkus unter fünf prozent ja super allein das hier an dieser einstellung seht ihr wie krass das mit dem viel mehr display ist das ist schon so im ersten eindruck schön auch wenn ich mir denke naja für größeres display und ein bisschen sauerstoff sättigung muss man ja wahrscheinlich nicht wechseln ich pack mal ins handgelenk und schön gerade ist auch noch eine benachrichtigung reingekommen whatsapp benachrichtigung sah deutlich lesbarer aus so viel gebe ich dem was ich mir jetzt aber wir ein bisschen die ohren lang ziehe ist naja von den gesten wenn wir ja durchgehen aber wieder unsere standard sachen musik dann habe ich bei mir das wetter und dann bin ich wieder am home screen wenn ich dann aber irgendwo bin ich habe keine wie man jetzt vom smartphone denken würde von unten nach oben kommst du dann wieder zurück also eine geste für den jetzt fehlenden home button gibt es anscheinend nicht ist natürlich blöd wenn ich dann hier so was bin und dann immer runter gehe durchwische wäre wahrscheinlich auch nicht ideal wenn es diese geste gäbe nur man müsste dann trotzdem erstmal durch die ganzen optionen gehen naja das ist das von unten nach oben komme ich dann hier in die schnelleinstellung beziehungsweise in die einzelnen apps kann man sich natürlich auch alles anpassen lassen band einstellungen sprache bildschirmeinstellungen genau und dann sehe ich hier die rotationsreihenfolge von oben nach unten trainingseinstellungen nachtmodus und 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 alles wie gehabt bedeutet wir gehen noch mal runter von oben nach unten einstellungen kamera stopp uhr timer handy orten ja moment wo ist denn da das war mehr oben waren die einstellungen sollte man auch richtig treffen so anzeige auch hier wieder eine anordnung kann man ja alles noch ändern werde ich bestimmt auch natürlich auch fleißig noch machen sondern ich wollte auf die helligkeit und dann wir sind wieder mittlere helligkeit volle möhre ihr seht es der dunkel sogar ein bisschen die kamera ab ich werde ich natürlich jetzt auch rausfinden so jetzt dann immer zurück wischen zurück wischen zurück wischen okay das passt einstellungen welt und musik ja gut die standard apps die wir auch sonst wo kennen training und 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 was ich jetzt noch wissen will ist die sauerstoffsättigung behalten sie ihren sauer blutsauerstoff im auge ja ureng anliegen und nicht bewegen ich drücke jetzt noch mal ein bisschen runter weil ich es auch nicht so fest dran habe oben sehen wir so ein so ein zähler der durchläuft oh man diese messung dauert sehr lange ja letzt läuft es durch zwischenzeitlich wird mir mein puls angezeigt ihr seht es da gerade 48 prozent sauerstoffsättigung und dann der puls 46 ist klar während der messung war der auch mal irgendwie bei 86 also das ist so ein bisschen wahrscheinlich mit vorsicht zu genießen ich gucke dass ich was mal mit anderen mit richtigen messern verglichen bekomme bis zum testen aber vom ersten eindruck ja so und dann wieder zurück 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 ist natürlich schade dass wir kein home button haben um naja direkt wieder zurück zu gehen ansonsten stürze ich mich jetzt natürlich ins abenteuer ja kostet nach wie vor bei uns jetzt was weiß ich mir jetzt aus asien ich habe jetzt glaube ich 35 direkt importieren können vor wochen wie gesagt hat lange gedauert inzwischen bei uns für 40 45 50 euro bei den großen händlern zu kriegen aber es wird nicht lange dauern das war ja immer so dann wird werden die dinge auch problemlos bei uns schon richtung 30 euro zu haben sein und ehe man sich versieht ja gut das dauert auch noch ein halbes jahr dann verkauft die aldi und lidl sogar schon für 20er wobei das waren diesmal die vorgänger generation aber die preise sinken und großer großer fan von den dingern ich bin nur echt skeptisch was die akkulaufzeit angeht mit diesem größeren display und bei gleichem batterie kapazität ich freue mich aufs testen vielen dank fürs zugucken macht es gut und bis zum nächsten mal tschüss